Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Aber du bist auch gewechselt vom ekligen Eistee Ich habe hier noch super guten Kaffee Aber ich habe hier noch ekligen Eistee Über den wollte ich ja was erzählen Nämlich Dirty Oh Gott Und zwar hat mich von obendrauf auf der Dose War noch so ein Alustück geklebt Von einer Internetpersönlichkeit Shirin David Ach und deswegen ist das auch Also man stelle sich Farben aus Miami vor Und machst sie nochmal kitschiger und schrecklicher Es ist so hellpastell türkis Und hellpastell rosa Lachsfarben Und die Geschmacksrichtung ist Wet peach Oh Gottes Willen Also ich glaube das soll ein bisschen zotig sein Aber das schmeckt ekelhaft Das ist ein super schlechter Eistee Aber im Meriten Meine Lieblingstypo auf der Büchse Das Zero? Das ist das Cola Zero Zero Das ist Fritz Quadrata Die beste Stadt der Welt Unter anderem im Slogan von Black Flag verwurstelt Womit wir den Punkrockfaden wieder aufnehmen können Und vielleicht heute auch einsteigen, oder? Ja, geht mal los Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend Dem heiteren wöchentlichen Geschichts- und Popkultur-Podcast Mit meinem Dauergast im Podcast Im YouTube-Familientarif und im Sky-Ticket-Konto Aber ich habe hier Unsinn Schönen guten Tag Und mein Name ist Janni Imhoff Aber ich bin nicht nur hier der Ich profitiere auch Ich bin in deinem DAZN-Account Das stimmt Das kann man damit alles Telefon streichen Achso, wir sind ja heute auch deshalb unter Pseudonym Ich habe auch neulich Wobei das mit dem Waffengesetz habe ich rausgeschnitten, ne? Als ich noch erzählt habe, dass ich eine Machete im Auto habe Und dass man das nicht haben darf Wahrscheinlich muss ich es jetzt wieder rausschneiden Ja Wir machen einen heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast Wo ich jede Woche ein Thema vorbereite Im wöchentlichen Wechsel Ein langes und ein kurzes Thema Und du bist jedes Mal unvorbereitet Und machst ein bisschen historischen Kontext Wenn ich dich dazu zwinge Und wir sprechen über die popkulturelle Verarbeitung des Themas Und damit ihr uns das auch glaubt Auf welche Ausflüge wir hier gehen Dann haben wir noch eine Audio- und eine Video-Playlist Das eine auf Spotify unter Geschichte ungenügend Das andere auf YouTube unter Geschichte ungenügend Und beides hier unter den Folgen in den Shownotes Und darunter ist noch so ein Battle-Link zu der Seite BuyMeACoffee.com Wo ihr uns Kaffee spendieren könnt Damit ich hier nicht weiter so fiesen Industrie-Eistee Mit schlüpfriger Verpackung trinken muss Sehr richtig, sehr richtig Aber es ist halt kalt und steht hier in der Nähe Und es kann sein, dass ich jetzt durchaus nochmal zum Mund führe Im Verlauf der weiteren Stunde Ja, denn wir haben viel vor Wir hatten schon was vor und haben noch mehr vor Genau, wir sind nämlich heute im Teil 2 von unserer Doppelfolge Über Tico Bra Den Astronomen und Lebemann Und für alle Leute, die jetzt hier mit einsteigen Denen empfehle ich dringend nochmal Eine Reise zurück zu machen In die letzte Woche Wo wir uns mit Tico Bra's Jugend, Studienzeit Und seinen ersten astronomischen Durchbrüchen beschäftigt haben Und du hast auch gleich eine Korrektur von einem Hörerinnen und Hörer bekommen Was wir für einen Stuss über Fixsterne erzählt haben, oder? Ja, ich habe das jetzt selber nicht nochmal nachgelesen Aber es schien mir schlüssig Ich hatte nämlich auch kurz gestutzt Weil in meiner Kindheit gab es auch das eine oder andere Was ist was Astronomiebuch und solche Geschichten Und da war Fixsterne irgendwie auch schon ein Thema Deswegen kam mir das nicht ganz schlüssig vor Dass Fixsterne nur eine antike Geschichte sind Fixsterne sind nämlich Ich weiß nicht, ob das in der aktuellen Astronomie immer noch ein Begriff ist Aber auf jeden Fall die Sterne Nicht nur die, die der Große Schöpfer irgendwann ans Firmament genagelt hat Und die deswegen immer gleich bleiben Sondern das sind die Die im Verhältnis zueinander immer gleich bleiben Oder den Eindruck vermitteln Als würden sie zueinander von der Erde aus gesehen immer gleich bleiben Das heißt Im Gegensatz zu Wandersternen Was dann die Planeten wären Oh come on Ja, Entschuldigung Wanderstern Da habe ich das verstanden Und ja, egal Irgendwie der Polarstern ist ja irgendwie auch so einer Der dann wirklich immer am gleichen Platz Irgendwie von der Erde aus gesehen am Himmel bleibt Und mehr oder weniger darum dreht sich ja irgendwie alles Irgendwie so Egal, auf jeden Fall Das Verhältnis zueinander soll irgendwie gleich bleiben Und das war irgendwie Fixstern Ganz weiter eingekrabbelt In das Wissen bin ich da nicht Alright, vielen Dank Aber wir sind ja schon beim Thema Denn wir haben hier jemanden am Start Der ja die ursprüngliche Auffassung Dass diese Sterne da am Himmel Nämlich gar keine Sterne Sondern einfach irgendwelche Punkte sind Die eben den Hintergrund bilden Und dieses An der Stelle sind wir glaube ich gerade Haben wir aufgehört letztes Mal Ja, genau Wir waren nämlich bei seinem Weltbild Da hatten wir noch aufgerufen Für diese Folge Sich ein bisschen Material zurechtzulegen Weil es auch nicht so ganz Wirklich nicht ganz einfach wird Aber bevor ich das aufdrösel Ganz kurzes Ganz kurzes Housekeeping Wir sind jetzt Teil Und da freue ich mich sehr drüber Einen Teil von einem Netzwerk Von unabhängigen deutschsprachigen Geschichtspodcasts Zu finden unter Geschichtspodcasts.de Das ist echt super Da ist alles dabei Von lustig bis ernst Von Ägyptologie bis Zeitgeschichte Das volle Programm Wenn ihr sowieso die ganze Zeit Euch Podcasts reindudelt Und mir den nächsten Fix braucht Dann werdet ihr da definitiv fündig Da sind super coole Leute dabei Und es ist eine schöne Sache Wenn man mal nicht Big Podcasts Also irgendwelchen großen Medienhäusern Seine Zeit in den Rachen schmeißen möchte Genau Jo Wir hatten Tico Bra Ich sage jetzt mehr Tico Mehr Tico Bra nach der Veröffentlichung Von De Stellanova Seiner Beobachtung der Supernova Alleine gelassen Und da steigen wir jetzt auch wieder ein Und ich mache jetzt das Tychonische Weltbild Wir packen auch nochmal ein Bild Vielleicht in die Shownotes Oder in unseren Twitter Account Ad Ungenugend Also Vielleicht vorher nochmal ganz kurz Noch mal kurz festhalten Vorher war das Durchgesetzte Weltbild Was ja sicherlich größtenteils Auch von der christlichen Kirche Quasi festgezurrt wurde Wir haben eine Erde Um die drehen sich Sowohl die Sonne Als auch der Mond Und die Planeten Die man damals schon entdeckt hatte Und das Ganze spielt sich ab Vor einem großen Hintergrund Der eben fix fest Wie auch immer ist Und alle Lichtpunkte Die man da sieht Sind halt irgendwie Der Hintergrund einfach Und der hat dann aber Eben diese Supernova gesehen Was dann quasi ein neuer Punkt Irgendwo Bei diesen ganzen Himmelspünktchen war Und das hat eben alles Für ihn ins Wanken gebracht Weil dann das ja nicht mehr stimmen kann Dass das ein unveränderter Hintergrund wäre Und jetzt kommt ein neues Bild Wie er das zusammenfostelt Ohne auf dem Scheiterhaufen zu landen Genau Und die Unbeweglichkeit der Erde Das ist so Die Get out of jail free Karte Du kannst alles machen Solange sich die Erde nicht bewegt Das ist da Da hat der Papst sein He put his foot down Ja Das geht nicht Was er da sonst macht Meinetwegen Und das ist auch ein ganz großes Meinetwegen Und zwar Er bleibt legit Die Erde ist im Mittelpunkt Des Universums Check Okay Die Sonne Dreht sich um die Erde Ja Check Die Planeten Drehen sich um die Sonne Ah Das ist schon mal richtig Dass sich die Planeten Um die Sonne drehen Nur die Erde Hat er rausgenommen Und alles dreht sich rum rum Und er betreibt halt weiterhin Empirische Studien Um den Käse halt Nachzuvollziehen zu können Und ja Belegen zu können Ja Das heißt die Erde Ist auch gar nicht für ihn ein Planet Oder zumindest in der Veröffentlichung Nicht Sondern ist halt die Erde Genau Ja Die anderen Dinger Ja halt Mars Jupiter Und so weiter Die drehen sich um die Sonne Das stimmt ja So weiter Aber die Sonne dreht sich um die Erde Und da versuchte er halt Das kopenikanische Weltbild Und das Das klassische Weltbild Irgendwie miteinander zu versöhnen Ohne in den Knast zu kommen Weißt du zu welchen Planeten Zu dem Zeitpunkt schon entdeckt waren Saturn hatte man wahrscheinlich auch schon Oder Ja wir hatten ja über die Konvergenz Die Überlappung von Saturn und Jupiter gesprochen Die auch irgendwie eine seiner Seiner frühen Nicht Entdeckungen waren Aber so eins seiner Erlebnisse Wo wir gedacht Boah Sterne geil Ja Aber ich weiß jetzt nicht Wie er Pluto oder so Ne der ist 1912 Oder so ein Käse Aber Anfang 20. Jahrhundert auf jeden Fall Aber ich weiß nicht Uranus ist ja auch relativ groß Aber halt sehr weit weg Da weiß ich nicht genau Von der er da ins Spiel kam Gut Ist ja auch ein bisschen egal Ja Lustigerweise auf der nächsten Seite Steht bei mir auch Ja aber wir sind kein Astrologie Podcast No shit Sherlock Wir machen einfach weiter Mit biografischen Sachen Über Tee Kobra Jetzt kommt erstmal sein Weltbild Ne das Weltbild haben wir gerade abgehandelt Ah das war es schon Ah Ja was willst du da noch mehr machen Die Erde steht still Ah ok Die Erde dreht sich drum rum Und die Planeten drehen sich um die Sonne Bisschen wie auf der Kirmes Ich dachte die Leute hätten jetzt schon gerade hier Irgendwie ihre Bälle und Linsen Und so am Start Und wollen jetzt hier nochmal genauere Anleitungen haben Ok Das ist ja auch so ein Trope Muss ich jetzt gleich den Popkulturausflug machen Ja Es gibt so viele US-Sitcoms und Familienserien Wo irgendwie ein Kind ein Sonnensystemmodell machen muss Oder es gibt nur eins bei ALF Und es ist für mich so allgegenwärtig geworden Aber da gibt es die In US-Highschools oder Junior-Highschools Gibt es immer dieses Science Fair Ja Wo dann die Leute immer so selbstverbrochene Selbstgebaute Vulkane hinbringen Oder ein Sonnensystem mit dem Extraplaneten von ALF Und ja 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 Wie kam ich drauf? Keine Ahnung So jetzt wirklich Tico Bra Ja 1573 Geht er die Ehe ein Mit Kirsten Barbara Jorgensnatter Mhm Und festhalten Eine bürgerliche Wir hatten ja etabliert in der ersten Folge Er kommt aus dem hohen dänischen Adel Aber Er lässt sich Sagen wir auch glaube ich Auch etabliert Er lässt sich da glaube ich Nicht viel Nicht viel erzählen Ja Ja Und die Nuclear Option Ist dann einfach Eine völlig unadelige Dame Zu heiraten Weil er sie gut findet Und Insgesamt gehen aus der Ehe Acht Kinder hervor Aber das Gibt ihm Aber das Da kriegt er dann halt auch schon ein bisschen Ärger Er wird da schief angeguckt Unter seinesgleichen Ähm Aber Bekennt man Weiß man wo man die Wo er die aufgetrieben hat Ist das irgendwie an seinen Bei seinen Studien an der Uni Oder ist die ihm irgendwie Keine Ahnung Weiß man nicht Weißt du nicht Ah Ne weiß ich nicht Hab ich nicht weiter nachgeguckt Sorry Ja gut Aber er hat halt Aber trotzdem Er hatte halt dieses gute Standing beim König Und ein Grund für das gute Standing beim König Ist auch die erste schöne Anekdote Mitgebracht Ich hatte ja Am Ende der letzten Folge schon erwähnt Sowohl der Vater Als auch Onkel Jürgen Sein Entführer Und Mündel Ne mit Gegenteil von Mündel Wie ist er Münd Keine Ahnung Ja Die waren beide verstorben Und Ich muss ganz kurz was dazu sagen Wie Onkel Jürgen Onkel Jürgen verstorben war Ja Der Gute war nämlich sehr eng Mit dem damaligen dänischen König Friedrich dem Zweiten Und besagter Friedrich Hatte gerade gesiegt In einem Krieg Gegen die Schweden Mhm Und bei den anschließenden Feierlichkeiten Sein der König dann Entweder vom Pferd Oder von seinen eigenen Füßen Aber auf jeden Fall betrunken In einen Kanal gefallen Ah Onkel Jürgen hinterher Rettet dem König das Leben Ja Onkel Jürgen aber zwei Tage später Achtsch Zwei Wochen später tot Lungenentzündung Hm Ja Vielleicht auch ein paar Büchsen Carlsberg Elephant Beard Zu viel Ja Und nicht ordentlich abgetrocknet Nachdem er aus dem Kanal gekrabbelt ist Wahrscheinlich Ähm Der König zeigt sich jedenfalls sehr Dennoch sehr dankbar Und äh Tilko wird dann Nachfolgend zum Hofastronomen Und bekommt eine Insel Als Lehen Um dort seine Forschung Weiter fortzusetzen zu können Und zwar ist das die Insel Wenn Gesprochen H-V-E-N Geschrieben Kann man sich auf Maps angucken Ist im Öresund Mhm Direkt zwischen was heute Dänemark ist Und äh Auf der anderen Seite Schweden Und die ist so Dreimal drei Kilometer Round and about Ja Ist auch nicht irgendwie riesig Aber auch nicht nur so eine Insel Wie aus dem Inselwitz Ja Und Die 50 Familien Die auf Wenn wohnen Die hatten weniger Glück Die werden sozusagen Zu Krieges Leib eigenen Ja super Ja und er lässt Die anwesenden Familien Sowie angeheuerte Handwerker Ein Observatorium Und Alchemielabor bauen Genannt Uraniborg Geil Ja Nach Urania Der Muse der Astronomie Ah Ja aber wir Das brauchen wir ja nicht Wer ist unsere Muse? Äh Clio Richtig Die beste Muse Die beste Muse Kommt doch her Wenn ihr was wollt Renault Clio war es glaube ich Ja Ja Oh Oh Gott Ich noch nie Den so weit Wieso heißt ein Renault Nach der Muse Geschichte Weil das so nicht läuft Bei Autos läuft das immer so Wir müssen irgendwie Relativ viele Vokale Mit irgendwie ungewöhnlichen Konsonanten zusammenwerfen Und dann kommt da Was bei raus Ascona Es sei denn wir sind Opel Wollte ich gerade sagen Haben neulich nochmal Unsere allererste Folge gehört Die ist gar nicht so schlecht Wie ich immer dachte Also hört Durchaus mal rein Gerade der Anfang Mit Walter Röhrl Und so Super geil Jedenfalls bekommt er da So eine Burg Wir können auch mal Bilder noch Verteilen Davon Hingestellt Und an der Uraniburg Arbeit Baumeister Und Architekten Und Künstler Aus ganz Europa Zum Beispiel Der renommierte Baumeister Hans van Steenwinkel Der einfach Super geilen Baumeister Der den berühmten Steenwinkel erfunden hat Ein dahin noch Nicht genutzter Winkelmaß Steenwinkel Baumeister der Steinwinkel heißt Der Gastroenterologe Dr. Rumor heißt Ich finde sowieso Fachärzte Sollten halt Ihr Fachgebiet Wechseln Hier nach Namen Das finde ich auch richtig Die müssen so durchtauschen Ja Also Was weiß ich Irgendwie ein Optiker Oder ein Augenarzt Der irgendwie Was mit Was mit Fußhörer heißt Der wird sofort Podologe Genau Und Frauen Die Iris heißen Können sowieso nur eine Ärzteschaft annehmen Das habe ich im Witz Nicht verstanden Iris Auge Entschuldigung Oh Entschuldigung Ja Das ist mir leid Das ist ja fast wie bei Schemanski Ja Pointe nicht Oder Pointe nicht verstanden Entschuldigung Natürlich Augenärztin Iris Gut Hast du eine Ahnung Wie lange bauen die An sowas in der Zeit Vier Jahre Ah ja okay Von Ich habe es mal aufgeschrieben 1576 Da haben wir ja auch mal Die zeitliche Verortung wieder 1576 bis 1580 Wird die Uraniborg gebaut Und Um es mal zu erinnern Er ist jetzt Mitte 30 Das habe ich mir gemerkt Weil er 46 geboren ist Sehr gut Vielen Dank Und Also es war jetzt nicht nur Diese Rettung Durch Onkel Jorgen Weshalb der König das gut fand Der König hat Friedrich II. Hat nämlich auch einen Ziemlichen Fimmel für Astronomie Und auch Alchemie Und Tico Bra hatte den Ruhm Seiner Entdeckung Und Dann ist die Uraniborg erstmal fertig Und es reisen auch Leute zu ihm Auf die Auf die Insel hin Also das wird halt auch So ein Okay Ja nicht unbedingt Weltstadt Die jetzt die Die hippen Leute anzieht Sondern es wird halt so eine Scientific Community Da kommen Leute um Von ihm zu lernen Oder Ihn zu inspirieren Und da Bekommt er einen Ziemlichen Fame Und dann stellt er aber auch Fest Dass in seiner Uraniborg Ist es viel zu windig Weil auf dieser Das ist eine Insel ohne Bergen Ja sehr gut Klang so ein bisschen Das war die eine Erklärung Dass ihm dauernd Der Sextant umgefallen ist Oder sowas Ja klar Und Ne aber das andere war auch Dass dann mittlerweile So viele Leute da dann waren Und dann immer so viel los war Dass er gar nicht mehr in Ruhe Da alleine rumforschen konnte Zwischen den ganzen Getränken Die er zu sich nehmen musste In geselliger Runde Ich denke auch Das war dann so ein Der hatte dann so ein Party Ein Partyhaus Ja genau Ein Party Observatorium Und dann hat er nochmal Unterirdisch Die Stierneborg Bauen lassen Die ist halt leicht In den Boden eingelassen So eine Man Cave Um dann da die Party Leute Reinzustecken Die Party Leute waren In dem Oberirdischen Achso okay Man kann sich das dann so vorstellen Wie er in seinem Keller sitzt Und dann rum Und aus dem anderen Haus Na 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 Die ganze Zeit Ja aber es geht ja vor allem Das muss ja vor allem dunkel sein Die Lautstärke ist ja egal Für die Sterne Richtig aber wenn es dann so vibriert vom Techno gab es damals auch noch nicht Nee Ja Wie gesagt Das waren wissenschaftliche Kollegen Aber auch Studierende Adlige Leute die sich das mal angucken können Und ich glaube der größte Promi Gast war der Jakob der sechste König von Schottland Der Brache Der hat sich ja Das Weltbild da Sein Weltbild mit seinen ganzen Planeten Und so So zurecht gelegt Damit er irgendwie beim Papst auch landen kann Und meine Frage ist ein bisschen Jetzt ist er aber beim Dänischen König Der ja nun Protestant ist Äh unterwegs Warum richtet er sich dann Trotzdem nach den Vorgaben Die so ein Papst gibt Ist das dann Vielleicht eher eine Frage Dass man überhaupt in der Wissenschaftlichen Community Was veröffentlichen kann Und nicht gleich irgendwie Rausgeschmissen wird Ja das mit dem Papst Das war ein bisschen Das war ein bisschen polemisch Ähm Aber wie genau jetzt Also wann genau jetzt Irgendwas zur Ketzerei wird Kann ich dir jetzt auch nicht aufdröseln Aber das ist Du hast Diese Da hätten wir vielleicht am Anfang Mal machen können Den historischen Konten So was wie Die 30-jährigen Krieg Und Reformation Und unterschiedliche Herrscherhäuser Aber es war jetzt nicht so Als wäre jetzt Man könnte man sich das so vorstellen Als bei den protestantischen Herrschern Jetzt plötzlich der Die völlige Aufklärung Und Wissenschafts Rationalität Da herrschte Es war vielleicht Nur nicht einfach so Dass man gleich Eine Inquisition Am Hals hatte Ja die haben ja quasi auch Letztendlich das gleiche Weiter gemacht Bloß mit anderen Herrschergeschichten Am Anfang Auf jeden Fall Ja Und diese ganzen Theologischen Unterschiede Die kommen dann ja glaube ich Auch aus mit der Zeit Wie gesagt Bin ich nicht weiter eingestiegen Weil wir so viel Cool Stuff Über Ticke wissen Das war jetzt nicht nur Eine reine Feierei Das war wirklich Aus dem Kristallisationspunkt Von dieser Forschung Und da gibt es Da greife ich jetzt Vielleicht mal In die Quellen vor Gibt eine Eine meiner Hauptquellen Auch ein Buch Von John Christensen On Tycho's Island Tycho Bra Science and Culture In the 16th Century Von 2003 Die erste Auflage glaube ich Und da habe ich halt Was über diese Dieses Inselleben auch Dass das halt auch so eine Ja so ein Fixpunkt Einer Scientific Community war Aber natürlich Wurden nicht nur Die Nase in die Bücher gesteckt Obwohl dann darin Vergessen wurde Die Nase immer in die Bücher Als sketch Ja klar Welches Buch habe ich In die Nase jetzt gepackt Das ist nicht witzig Ich gehe wieder In meine Sternebrock Brauche ich nicht Entschuldigung Ja er ist Aber er ist da dick Im Geschäft Und Er ist auch wohl Nicht ganz billig Es gibt diese Anekdote Beziehungsweise diesen Hinweis Darauf dass zwischenzeitlich Die Kosten Die Tico so mit seiner Insel Und seinen Bauwerken Da eben auf Das läuft sich Auf etwa ein Prozent Des dänischen Haushalts Also des Haushalts Der dänischen Krone Okay Und er ist Er ist da Spezialist Er ist einigermaßen Unantastbar da Und Über dieses Leben Auf der Insel Haben wir noch ein paar Andere Anekdoten Die Vielleicht so In sein Leben Ein bisschen Einblick geben Ja Und zwar Er hat das Curling erfunden Nicht ganz Er hatte ein Sidekick Mit dem Namen Jeppe Oder Jepp Ein kleinwüchsiger Jüngerer Mann als er Wir wissen nicht Was Jeppe Wo der herkommt Was ihn dahin verschlagen hat Oder der war halt Wurde dann zu so einer Art Sidekick Slash Hofnarrm Und Tico Bra War der Meinung Definitiv der Meinung Dass Jepp Hellseerische Fähigkeiten hat Aha Und zwar Eine Anekdote War Es war stürmisch Und Er hat Gäste erwartet Die mit einem Boot Zu der Insel kommen sollten Und die Gäste waren verspätet Und da habe Jepp gesagt Ja Nicht dass die bei dem Schlechten Wetter Mal in Seenot geraten sind Und Die waren in Seenot geraten Bei dem schlechten Wetter Zack Hellseer Zack Nicht schlecht Ja Das ist ja Klarer Beweis Wie das halt immer so ist Wenn zwei Sachen zufällig Parallel passen Dann sind sie gleich Kausal miteinander verbunden Korrelation und Kausalität Da bei Jepp Zusammen Und der hat Er hat ihn halt wirklich So bei sich gehalten Der hat unterm Esstisch gewohnt Jetzt literally Literally unterm Esstisch gewohnt Und wurde vom Tisch herab Auch Gibt es halt diese Aussagen Er wurde vom Tisch heraus gefüttert Also Jetzt dachte ich am Anfang Ach das ist ja mal nett Dass der da mal so einen Kumpel hat Der irgendwie ein bisschen Ungewöhnlicher ist Und dann ist es doch nicht so Sondern so wie man es sich vorstellt In irgendwelchen Ja Martin Büchern Ja Ähm Apropos Ich glaube Ich greife nochmal vor Über Jepp gibt es tatsächlich Ein Jugendbuch Oder wie sagt man da Young Adult Literatur Von Catherine Marsh Jepp who defied the stars Wo der Jepp Der Protagonist Dieses Buch ist Ich habe es nicht gelesen Aber wer Young Adults hat Und die Geschichte Vielleicht nicht so Nicht so schäbig Erzählt haben möchte Das gibt es dann da Aber es klingt so ein bisschen Als Ja fand er das einfach lustig Der Tico Bra Und er hat wohl die ganze Zeit Auch erzählt und so weiter Und er wurde immer herangeholt Wenn irgendjemand Auf der Insel krank war Hat er sein Urteil abgegeben Und es hat dann auch immer gestimmt Naja Ich würde ja einfach mal sagen Das ist ja Hat ja auch was damit zu tun Because I can Also er ist halt da Der Typ Der was zu sagen hat Ja Und der wird das ja auch Gar nicht mal als Besonders erniedrigend gefunden haben Sondern er wird gesagt haben Ja das ist doch hier Ein cooler Job für den Und vor allem Mir taugt es halt Und was macht sonst so jemand Wie der Jepp da sonst in der Welt Dann ist Ja Bleibt mir ja nicht viel übrig Das war einmal Jepp Und dann haben wir noch Eine andere Anekdote Über Über Tico Als Der so ein bisschen macht Was er will Ich hatte ja Hessen-Kassel In der letzten Woche Schon mal so ein bisschen Halbgar nebenher erwähnt Ja Als es um die Uhren ging Und der Und Wilhelm der Landgraf Von Hessen-Kassel Frag mich jetzt wieder nicht Ob der Protestant Oder Katholik ist Die beiden Das wissen wir aus Einen engen Briefwechsel Von den beiden Also der Wilhelm der Landgraf Hatte auch ein Fable Für Astronomie Und Die haben sie aber sonst Auch gut verstanden Und aus diesem Briefwechsel Wissen wir unter anderem Dass Brahe sich auch Einen zahmen Elch hielt Ein zahmen Elch Einen zahmen Elch Wobei Ist er auf dem geritten Nein Aber wenn er Einen Ausritt gemacht hat Ist der Elch Nebenher getrottet Oder wenn er Einen Spaziergang hatte Ist der Elch Nebenher gelaufen Nicht schlecht Habe ich nie von gehört Dass es das gibt Dieser Elch war zahm Und ich konnte das auch Nicht ganz nachvollziehen Weil ich auch im biologischen Da nicht so bewandert bin Es gibt Elk Und Moose Und Reindeer Im Englischen Ja aber ein Reindeer Ist ein Rentier Oder hätte ich immer gedacht Genau Und der Moose ist der in Kanada Und der Elk ist der in Europa So habe ich das immer gemerkt Okay Dann haben wir das ab sofort festgehalten Als Wahrheit Ist jetzt so Elchische Weltbild Ja Ob der jetzt in seiner vorherigen Heimstatt Oder auch auf Wenn gewohnt hat Das ist nicht ganz klar Mir geworden Bei diesem Elch Aber der ist Kennst du die große Elchpopulation Auf der 3x3 Kilometer großen Insel Also Was wir aber wissen Ist, dass das Tier Mit Bier Gefüttert wurde Das waren immer alle witzig Dem Elch Bier hinzustellen Kein Wunder Dass der zahm war Ich denke Das Tier war Alkoholik Das fand ich jetzt gut Und Ich habe gelacht In diesem Briefwechsel Mit dem Landgrafen Von Hessen-Kassel Da hat Tico Auch den Angeboten Den Elch zu verleihen Weil der Landgrafen Ein privaten Zoo hatte Also hat sich da Irgendwo halt Tiere gehalten Und hat gedacht Oh, einen Sam Elch Könnte ich auch gebrauchen Allerdings musste dann Ein paar Wochen später Tico Wieder zurückrudern Die Elchübergabe Ist daran gescheitert Dass der Elch Zu Tode gekommen war Und zwar war der Elch Betrunken die Treppe Runtergefallen Und dann war Willi Landgrafen sauer Willi Sogar Willi Landgrafen Der war einfach Nee War enttäuscht Ja, dann gibt es Das jetzt nicht Habe ich auch noch Wegen des Witzes Dessen Abends Zu spät geschaltet Seine eigenen Leib eigenen Auf der Insel Hatten Fast weniger Glück Also er hat Viel zu hart Und viel zu Viel arbeiten lassen Hat sonst seine Lehnspflichten Verletzt So ein klassischer Adliger Der halt Nur an sich Denkt Und denkt Der Rest ist Sowieso dafür da Damit er seine Sachen machen kann Er macht da seine Astroparty Und über das Thema Alchemie Und wie viel Drogen Da produziert wurden Müssen wir auch Irgendwann nochmal Sprechen Das habe ich Noch nie so Darüber nachgedacht Aber natürlich Werden die ja Nicht nur Gold Gemacht haben Sondern auch Rauschmittel Ja Also Hot take Hier Wenn ihr da was wisst Sagt uns Bescheid Wir forschen da gerne Nach und machen Da nochmal was drüber Da musst du da was Übergeben Das ist wirklich Spannende Frage Das ist ein Exzellentes Thema Ja ich denke schon Ja und er hat auch Seine Lehnspflichten Verletzt Hat zum Beispiel Die Leuchttürme Nicht ordentlich gepflegt Also es war da Ab und zu auch mal Dunkel im Öresund Ah schön Das wird die Schiffer Drumherum sehr gefreut haben Aber das ist für die Bewohner der Insel gut Weil wenn die Leuchttürme Nicht funktionieren Dann stürzen die Schiffer ab Ne wie heißt das Laufen auf Grund Und dann kriegt man Da das Strand gut Der Ortsteil wo ich Aufgewachsen bin Der hat sein Reichtum In dem 17. und 18. Jahrhundert Daraus bestritten Achso mit so Fake Leuchtfeuer Ja ja genau Ja ja Musst du auch mal mitbringen Die Geschichte Vielleicht in der Fußnote Oder so Ja und die Einwohner Haben da auch Ziemlich wenig Bock drauf Dass der sich da so aufführt Und einige machen sich Auch davon Mhm Von diesen 50 Familien Und Tico geht dann So zu seinem König Und sagt ja hier Wir hauen die Einwohner ab Was kann man denn da machen Der König lässt das verbieten Weil das wäre ja nicht fair Weil jetzt Wenn jetzt so viele abhauen Dann müssen die anderen Ja noch mehr arbeiten Diese Herrschenden Sind einfach echt so geil Das findest du ja Durch alle Durch alle Gesellschaftsformen Kriegst du immer wieder Die Gedanken Ja also wenn es euch Schlecht geht Und ihr was dagegen Machen wollt Dann geht es den anderen Ja noch schlechter Also müsst ihr es doch Einsehen Dass ihr diese schlechten Lebensbedingungen Doch einfach aufrechterhaltet Ja Wahnsinn Ich stelle mir das halt immer so vor Wenn er da mit seinem Elch lang ist Und die Einwohner Ach alle immer mindestens Eine Faust in der Tasche geballt Ja Goldnasen Heini da Na Ja aber auch die schönste Astronomenparty Ist irgendwann mal vorbei Sein Freund und Gönner Friederik der Zweite stirbt Wohnfolger Christian der Vierte Ist kein großer Freund Von Astronomie Kein großer Freund Von Astrologie Und kein großer Freund Von diesen Spesenrechnen Von 1% des Staatshaushaltes Ist eher ein Freund Davon vielleicht Schweden Weiter niederzuhalten Und dann so diese Diese ganzen Sachen Dass er irgendwie auch So ein bisschen So ein Streitlustiger war Und Minderbürgerlichen Verheiratet Und das Streckt jetzt alles So ein bisschen um Und wird ihm dann halt Zum Nachteil Aber er hält sich da Noch eine Weile Und erst im Jahr 1597 Ui Da merkt er Ja das Er hat so ein bisschen Sein Wie sagt man Im Englischen He overstayed his welcome Ah Ja Und Ja dann Dann ist es irgendwann so weit Und er denkt sich Ich muss weg Und packt seine Sachen Und geht mit Sack Und packt Zunächst nach Wandsbeck In der Nähe von Hamburg Hat man denn Also ich meine Das hat er da die ganze Zeit Wir sind jetzt ja mal 20, 30 Jahre vorangekommen Hat er denn da Gibt es da noch In seinem wissenschaftlichen Wege Irgendwas bemerkenswert Äh Erwähnenswertes Also weil er hat Es da rumgeforscht Hat da irgendwie 30 Jahre Auf seiner Partyinsel In den Himmel geschaut Und er hat ja auch Ein Interesse Dass da was dabei rauskommt Er hat Empirie betrieben Und zwar Wie der wilde Watz Er hat dieses Weltbild Immer weiter mit Zahlen Untermauert Und er war halt Der mit bloßem Auge Und seinen Instrumenten War er halt Ziemlich gut Und mit einer ziemlichen Akribie Was halt so Keiner sonst gemacht hat Hat er eben Planetenbewegungen Kreisbahnen Und so weiter Fröhlich rumberechnet Und er hat jetzt nicht Irgendwie alle 10 Jahre Ein neues Weltbild Sondern er hatte dieses Ding Und hat dann gefeilt Und da gibt es auch Eine schöne Ähm Schöne Visualisierung Davon Von diesem Tychonischen Weltbild Aus dem Ich meine 17. Jahrhundert Wir packen es mal Wenn wir es dürfen In bei Twitter Ad ungenug Und rein Da hast du dieses Die Erde Und dann die Sonne Und diese Kreisbahnen aufgemalt Und drumherum Stehen aber noch Völlig gleichberechtigt So die Tierkreiszeichen Also der astrologische Punkt So ah und das ist hier Sagittarius Oder wie er heißt Und das ist Kampelkorn Und Das wird damit vereint Aber nee Es gibt jetzt keine weiteren Durchbrüche Oder noch eine Super Aber das war ja auch Sein Anspruch Wo er herkommt Er wollte ja zeigen Ey die haben das bisher Alle so ungefähr berechnet Ich mach das jetzt mal Wie es wirklich ist Und das heißt Er hat dann tatsächlich Auf der Frage Was Mars, Venus, Jupiter angeht Irgendwelche Sachen halt Festgezurrt Wie sie wirklich sind Offensichtlich Ja Er hat Zumindest was Zu dem Zeitpunkt Mit bloßem Auge Möglich war Hat er eben Das dokumentiert Und das aufgeschrieben Und er saß Auf diesem Wissensschatz Ja Jedenfalls Macht er sich davon Nach Wandsbeck Und auch heute Kann man noch Eine Büste Von Tico Bra Am Wandsbecker Marktplatz Sich angucken Und wo Auch Statuen Von ihm stehen Das ist seine nächste Station In seiner Karriere Ja Denn was ist ein Hofastronom ohne Hof Wie viel Und denselbigen Hof Macht ihm Rudolf der Zweite Aus dem Hause Habsburg König von Göhmen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Der sitzt zu der Zeit Wahrscheinlich in Prag Vollkommen richtig Ach ist das nicht Sogar der Ist der Burg In Prag Und der da auch Der große da Von denen Ich kann diese ganzen Namen mir aber Nicht merken Also Jetzt kommen hier Die blinde Flecken Bei den Habsburgern Also er wird gerne Als unentschlossener Unentschlossener Schwacher Herrscher In Überblicksdarstellung Dargestellt Der aber Bock auf Wissenschaft und Alchemie und Astronomie Hatte Okay Ich glaube der hat da Auch Architekturprojekte In Prag Auf dem Hügel Vorangetrieben Irgendwer hat diese Kirche da halt Gebaut Ja egal Ja Deshalb in unserer Spotify Playlist Bohemian Like You Von den Danny Warhols Weil ich das Lied so geil finde Stimmt Ich finde es auch schade Dass Karel Gott Das nie auf Deutsch Gecovert hat So böhmisch wie du Also Karel Gott Ist ein großer Tschechischer Pop Und ich glaube auch Operettensänger Der auch viel Auf Deutsch gemacht hat Aber leider nie Bohemian Like You Gecovert hat Dafür aber Painted Black Auf Deutsch gesungen Hat in einer Unsagbar Fantastischen Version In unserer Spotify Playlist Ab heute Nachmittag Alles klar Super geil Ja Fand er aber gut Jetzt also Tiko Er geht sofort nach Prag Und wir sind jetzt Im Jahr 1600 Ja Und vielleicht machen wir Mit unseren LieblingshörerInnen Mal auf so eine Taiko Tour Nach Prag Trinken starkes Bier Und hauen uns Gegenseitig die Nasen ab In Prag Kepler 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 war eher Anhänger Des kopenikanischen Weltbildes Ja Und Teilweise in der Forschung Wird dann gesagt Dass sich Kepler In erster Linie Halt Gar nicht so für Braha Und dessen Erkenntnisse Der wollte die Daten Der wollte die Rohdaten haben Das CSV-File Mit den ganzen Sternen Um dann seine eigenen Berechnungen machen zu können Ja Weil das sind halt einfach 20, 30 Jahre Arbeit Aus der Sternenburg Und aus dem Sternenburg Und Uranienburg Sind Ach, da kommt das Bier auch her Sternburg Ich denke ja Ich habe auch noch ein Bild Von einer Kiste Sternburg Heute mal gepostet Auf Twitter Ne Obwohl da auch Bier getrunken wird Wir hatten ja schon drüber gesprochen Alles klar Der Kepler hat jetzt die Daten Vom Tykel genommen Und hat gesagt Jetzt geht es mal richtig rund Aha Ja I see what you did there Erstmal nicht Die beiden arbeiten Zusammen Und es geht Um die Planetenbahnen Aber Kepler bemängelt wohl Dass ihn Braha Datenmäßig immer sehr kurz hält Er gibt ihm sozusagen Nur das Nötigste Ja Und Er hat diese So Man Man weiß so nicht genau Wie jetzt ihr Verhältnis Zueinander Zueinander war Es wird dann auch gesagt Dass Braha Er so ein Zausel war Und so ein bisschen unfreundlich Und aufbrausend Und Kepler Wollte eigentlich nur die Daten haben Und Wollte sich keine Nase investieren Ne Ja da stimmt es nicht im Team Und deshalb kommen wir jetzt auch zurück zu Dem Ulk Den ich am Anfang gemacht habe Mit David Byrne Und den Talking Heads Aha Und die haben Ist ein bisschen peinlich jetzt Die haben auf ihrem erwähnten Debütalbum Talking Heads 77 Den Song Psycho Killer Und bei mir Und bei mir hat sich dann Als Ohrwurm Tycho Killer Festgesetzt Weil der Kepler Den Tycho umbringt Ich muss mir die Akt X Musik machen Jetzt wird es nämlich Jetzt wird es nämlich spannend Wir sind im Jahr 1601 Endlich wird es spannend Scheiße Das sage ich auch oft Jetzt wird es spannend Jetzt wird es aber wirklich Das sage ich auch oft Jetzt wird es wirklich 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 spannend Im Jahr 1601 Und hier ist die gängige Darstelle Bra ist bei einem Bankett Des Königs zugegen Und macht was er immer gerne gemacht hat Ordentlich einsaufen Wollte Gott sagen Und wenn man viel Bier trinkt Muss man auf Klo Jupp Und die Blase füllt sich immer weiter Und immer weiter Und angeblich aus Höflichkeit Möchte er weder aufstehen Und sich entschuldigen Noch einfach laufen lassen Kennst du das Wenn man muss Und nicht kann Und dürfen kann Wenn man irgendwo Kennt vielleicht jeder Das hatte ich mal Vor Jahren Auf dem Brian Ferry Konzert Oh ja Auf Konzerten Das ist besonders schlimm Das ist wahr Ich wollte halt Während der schönsten Songs Wollte ich halt nicht Alle Leute aufscheuchen Das Konzert war bestuhlt Und am Ende dazu War ich es auch fast Also es war wirklich Ich wollte die Leute Nicht alle zum Reihenweise Weil das ist ja auch wirklich Wie so ein Super oller Sketch Wo so Leute Im Theater Dauernd aufstehen Und alle aufstehen müssen An der schönsten Stelle Und das war So ähnlich ist es wohl auch Tico ergangen Und einige Du kennst ja diese gesitteten Mittelalter Früh-Neuzeit Bankette Wo Ruhe bewahrt wurde Weil da die Hafentante gerade Irgendwie so schön spielte So sinnlich Ja es klingt Er ist nicht Er ist nicht auf Klo gegangen Seine Haarblase ist kaputt gegangen Auf irgendeine Art und Weise Und er ist dann daraufhin gestorben Kepler wird sein inoffizieller Nachfolger Und bekommt die ganzen Daten auch vererbt Und kann jetzt richtig steil gehen Und sich auf Bras Aufzeichnungen stürzen Für seine Untersuchung Nun Es bleibt aber spannend Denn im Jahr 1901 300 Jahre nach seinem Tod Wirtbra exhumiert Ah Ich glaube man hat in erster Linie Nach der Nase gesucht Als Jubiläum Guck mal Letztendlich Letztendlich war es der Elch Der ihn dann doch nochmal Irgendwie mit dem Hufschlag Niedergestreckt hatte Es war keine Nase vor Ort Im Sarg Als man ihn ausgebuddelt hat Ja Also es wurde an Sozusagen an dem Knochen Wurden Reste von Kupfer gefunden Ja Was darauf hinschließt Dass er entweder dann eine Vorrichtung hatte Die nicht aus Gold war Oder Dass er mehrere Nasen hatte Und nicht ausschließlich Immer mit der Sonntagsnase unterwegs war Und was auch gemacht wird Den hatten wir noch gar nicht erwähnt Seinen prächtigen Schnobard Der wurde nämlich auch eingesackt Bei dieser Exhumierung Schnippschnapp Und Ein Schnobard hält sich 300 Jahre lang am Knochen Eigt einem immer ganz drauf an Wie gut die konserviert werden Und In den 1990ern Werden Weil sich ja auch die archäologische Forschung Weiterentwickelt Oder die Ja Auch Letzten Endes auch die Kriminaltechnologie CSI Tico Die Schnurrhaare werden in den 90ern analysiert Und man findet Erhöhte Mengen von Quecksilber Der Alltime Classic Quecksilber Ja Echt alles Ja Und Du als großer Experte im True Crime Was braucht man für einen Mord? Quecksilber Ja Naja Ich hätte jetzt gedacht Das ist dann irgendwie so Pseudo Hilfsgesundheitsmittel Wo die gedacht haben Die haben ja wirklich gedacht Dass Quecksilber Irgendwie was ausgleicht Oder was heilt Oder so ein Kram Ja Gibt es glaube ich auch In irgendeiner Vor einem Arzt für einen Mord Auf jeden Fall Vor allen Dingen braucht man ein Motiv Achso Und das Cui Bono Ja Wer hat ein Interesse Daran Und da wird dann Kepler Der alte Gauna Rausgeholt In einer Mordthese Und das findet sich In einem Buch Von einem Journalisten Ehepaar Anna Lee und Joshua Gilder Aus den USA Joshua Gilder Ist irgendwie ein Ex-Redenschreiber Von Ronald Reagan Und die haben so ein Ja In Abführungszeichen Sachbuch rausgebracht Wo eben Kepler der Mord Untergejubelt wird Indem er ihm da Quecksilber Gegeben habe Aber du sagst es völlig richtig Quecksilber Total alltägliches Heilmittel Weil über die Gefahren Von Quecksilber Damals noch nicht so Noch viel bekannt wurde Und ich glaube Das wurde auch wirklich so Auch als Entzündungshemmnis Mittel Und auch gegen Geschlechtskrankheiten Benutzt Und ja Wahrscheinlich weil das einfach So schön So schön Glitzert So schön So schön Aussieht Wenn es flüssig Irgendwo rumrollt Das muss ja irgendwie Was helfen Ja genau Das ist ja wie Flüssiges Silber quasi Heißt ja auch so Genau wie Dirty Zero Wet Peach Oh Ja Prost Ja das ist ja aber auch Wieder ein typisches Beispiel dafür Dass natürlich den Leuten Einfach viel zu langweilig ist Wenn jemand einfach An einer falschen Behandlung Auch lange gestorben ist Sondern es muss ja irgendwie Fetzige Storys geben Und deswegen Lassen wir den Kepler Einfach mal Einen Datengeber hier Ums Eck bringen Damit er irgendwie Genug weiß über die Sterne Stimmt Es darf nie Die banale Lösung sein Ne ne Das offensichtliche Das darf es nicht sein Ich meine klar Oft genug steckt auch Irgendwo was dahinter In dem Fall Wussten wir es aber Bis dahin noch nicht Aber Papier und Knochen Sind geduldig Und es heißt dann No rest for the No rest for the Danish Im Jahr 2010 Wird Bra erneut Ausgebuddelt Ach du je Wo ist der beerdigt Das habe ich glaube ich Gar nicht mitgeschnitten In Prag Können wir hingehen Ja Gibt es auch eine tolle Statue Mit ihm und Kepler Und so Also wirklich so Ich bin Ich bin Ich musste nach Im deutsche LK Nach Prag Auf Auf Also die Gibt es noch eine neue These Oder ist nur die Quecksilber These Durch Verabschiedet worden Ich würde fast sagen Dass das eine exzellente Frage ist Es wird davon aus Also wir haben jetzt Immer noch keine Keine Smoking Gun Ja Keine Manderup Parsnip Namen vergessen Wir haben jetzt Nicht irgendwie Beweis Für irgendwas Aber wir haben Die hohe Wahrscheinlichkeit Dass es sich nicht Um eine Vergiftung Mit Quecksilber Gehandelt habe Okay Sondern Und so Die Medizin Gibt auch diese Theorie Vom Blasenriss Durch nicht auf Klo gehen Gibt es auch nicht her Irgendwann Irgendwann sagt der Körper Nö Schleusen auf Geht nicht mehr Ja Genau Und dementsprechend Ist es halt Wahrscheinlich umgekehrt gewesen Eine Blasenentzündung Wo er dann tierisch Dann zu kämpfen hatte Beim Saufen Ja Wurde ja auch Nicht behandelt So was Wie bitte Wurde ja auch Naja Die sind ja an Sachen gestorben Wo heutzutage Behandlungsmöglichkeiten Führte Ja Und wie wurde das Wenn behandelt Die Blasenentzündung Wahrscheinlich irgendwie Quecksilber In die Harnröhre Genau Auch nicht Ein Bra Ein Bra Jahre nach Bra Tod Wird das Teleskop Erfunden Ach Der Und Viel von Seinem Kram Wird dadurch Obsolet Beziehungsweise Aufbauend Auf seinen Erkenntnissen Werden dann Recht schnell Sehr viel Exaktere Messungen Vorgenommen Achso Das heißt Wir hätten den Gar nicht gebraucht Irgendwer muss es ja machen Also der hat schon auch seine Verdienste Aber eben dadurch, dass sein Weltbild Ja wie sagt man da Falsch Schräg 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 Und falsch ist Das Hatte ich in der ersten Folge schon erwähnt Dass es da jetzt nicht irgendwie so einen stetigen Aufbau gab Sondern auch so einen Widerstreit Und dann irgendwann so eine Versöhnung dieser Weltbilder Aber irgendwann kam dann niemand mehr drum herum Dass Sie Sich doch bewegt Die Erde Ja Dementsprechend wurde das halt ausgefadet Aber er gehört ja immer noch zu den So den großen Frühneuzeitlichen Astronomen Und wird halt eben mit den Kopernikussen Und den Keplers Und so weiter Mitbenannt Vielleicht jetzt nicht als der allergrößte Superstar Weil es halt Ja Nichts für die Ewigkeit Apropos Ewigkeit Beschäftigen wir uns ja auch mit viel Sozusagen die Nachwirkungen davon Ja Hast du irgendwas Wo dir Tico Bra mal untergekommen ist Vom Namen her Oder Irgendeine Verwurzung in der Popkultur Ja Als allererstes Und relativ aktuell Fällt mir da Die sicherlich allseits bekannte Und durchaus beliebte Science-Fiction-Serie The Expanse ein Ich glaube sogar Dass es das gar nicht mal So weit bekannt ist Sondern eher so ein Kenner-Ding Und deshalb müssen wir das an der Stelle Ja Wir sind ja die Kenner hier Und unsere Hörerinnen sind auch alles Kenner Okay Nee Also es gibt diese Serie Die ja wie du besser weißt Als ich auf einer Buchserie basiert Wie das bei anderen erfolgreichen Serien In der letzten Zeit auch so ist Ist die Buchserie bestimmt viel besser Als die Fernsehverfilmung Ich allerdings bin sehr begeistert gewesen Von dieser Fernsehverfilmung Eine relativ realistisch versuchte Zukunftsaussicht Im Sonnensystem Und der Plot ist so ein bisschen Das halt nach und nach Irgendwie die Planeten Oder zumindest die Umgebung Der Erde auch mal erschlossen wird Fürs Ausbeuten von Bodenschätzen und so einem Zeug Unter anderem eben auch Der Asteroidengürtel Der sogenannte Belt Und dort befindet sich dann irgendwann Die größte Schiffswerft Oder was es auch immer ist Also die heißt halt Tycho Station Ja Weißt du sogar noch mehr Ob so eine Anspielung Auf das Leben von Tico Noch dabei ist Oder einfach nur Weil er halt ein berühmter Name ist Haben sie das halt gewählt Die dreht sich Und bei Tico Bra Ging ist auch rund Aber ein bisschen Ein bisschen weiter geholt Und dann haben nur Haaren herbeigezogen Ja Ja das Setzt aber auch So die realweltliche Verehrung von Verehrung ist falsches Wort Die realweltliche Verarbeitung von Von Tico Bra Durch Es gibt einen großen Krater Auf dem Mond Der so heißt Es gibt Davon habe ich gehört Da habe ich noch so ein paar Andere Sachen im Weltenraum Die irgendwie mit ihm benannt wurden Nach solchen Leuten ist dann garantiert Irgendwie eine Pflanze Oder ein Käfer Oder ein Wurm benannt Den man mal gefunden hat Und dann gibt es noch Die Fähre Die über den Öresund fährt Seit ein paar Zig Jahren Die heißt auch Tico Bra Ah Okay So die Populärkulturelle Verarbeitung Da habe ich wirklich nichts gefunden Na klar Die Taiko Station Bei The Expanse Und dann gibt es einen Dänischen Fernsehfilm Aus diesem Jahrtausend Das heißt Der heißt übersetzt Das Mysterium Von Tico Bra Ist tot Ich wollte gerade sagen Das bietet sich ja alles Für so eine Verfilmungsstory Eigentlich an Ja Also ich finde Das ist auch hochgradig Verfilmungswert Vielleicht so eine Miniseries oder so Ja Aber ich finde Ein wildes Leben Und selten sind Leute Mehr als einmal Exhumiert worden Ja das ist auf jeden Fall Scheint ja keiner was gegen zu haben Selten gab es so viel Tamtam um Nase Ja Ja und es ist halt ein Einblick Wie das Forscherleben Wahrscheinlich da auch war Mit den ganzen Also ich habe keine Ahnung Wie sich Kopernikus Gegeben hat Ich weiß nicht Was der Kepler Später gemacht hat Aber Der hat halt Die Möglichkeit gehabt Seinem Interesse Nachzugehen Und der Rest Bei ihm Offensichtlich Relativ scheißegal Ja Das ist ein bisschen anders Als heute Wenn irgendwie Drittmittel für Forschung Herangeschafft werden müssen Wo sind ihre Veröffentlichungen Herr Bra Sie haben seit 30 Jahren Nicht veröffentlicht So geht das nicht Und überhaupt Diese Kosten Wie viel Bier Wie viel Bier Ja deswegen dem Elch Achso Achso Ja klar Na dann Herr Bra Ich kann in Zukunft schauen Das ist wichtig Das brauche ich für meine Bücher Ja und dieses Genau Dieses Mäzenatentum Dass man halt Horoskope für die Herrschenden Geschrieben hat Und da dann eben auch Sich nützlich gemacht hat Also ein bisschen Herrschaftsforschung Auch betrieben hat So funktionierte glaube ich Früherneuzeitliche Wissenschaft Dass man jemanden hatte Der einen halt freigehalten Und finanziert hatte Und dann eben von diesen Forschungsergebnissen Auch profitieren konnte Ja und wer muss wieder Darunter leiden Das einfache Volk Die Elche Immer das gleiche Die kleinen Leute Die kleinen Leute Die kleinen Leute Und die großen Elche Ja Ja schön Ja und that bombshell Das war die große Doppelfolge Tico Bra Und Juhu So dieses Thema Mäzenatentum Ja So das sind Gönner Und jemanden hat den Der einen freihält Ich glaube das greifen wir auch noch mal In der einen oder anderen Form Noch mal auf Davon könnt ihr euch In einer der nächsten Folgen Überzeugen Wir machen jetzt erstmal Hier Sonntag Und weil wir jetzt die letzten zwei Wochen So viel hier produziert haben Machen wir nächste Woche Eine kurze Folge Und dann müssen wir mal Müssen wir mal weitersehen Ich glaube mehr dürfen wir auch nicht Sonst werden wir Sonst kriegen wir Strafgebühren Von unserem Hoster Ja Wir müssen uns Genau so ein Schild Gab es ja früher auch in Telefonzellen So in Frakturschrift Fasse dich kurz Ja genau Jetzt bringe ich das mal hier auf Von mich Ja sehr gut Schön Vielen Dank Vielen Dank für die Arbeit Fand ich wieder sehr interessant Und jetzt habe ich einen Elch kennengelernt Das ist schön Super geil Danke für die Aufmerksamkeit Und euch danke für die Zeit Dass ihr euch hier diesen Doppelriemen Gleich gegeben habt Und ja Korrigiert gerne unsere Vielen vielen Fehler Zu Historiografie Und besonders zu Astronomie Und Astrologie Schreibt uns eine E-Mail An Geschichteungenügend At gmail.com Oder At ungenugend Ohne ue Auf twitter Und wir hören uns nächste Woche Mit den Fußnoten wieder Bis dahin Bleibt uns gewogen Und habt eine wunderschöne Sonnige Woche Hallo Tschüss Tschüss